Griechische Kirche oder griechisch-orthodoxe Kirche steht für orthodoxe Kirchen, die vorreformatorischen Kirchen des byzantinischen Ritus, griechische Orthodoxie, byzantinische Orthodoxie griechischer Tradition und Sprache, orthodoxe Kirchen in Griechenland, Gesamtheit des orthodoxen Christentums im Griechenland, Kirche von Griechenland, orthodoxe Staatskirche Griechenlands, griechisch-orthodoxes Patriarchat von Antiochien, griechisch-orthodoxe Kirche von Antiochien, griechisch-orthodoxes Patriarchat von Alexandrien, griechisch-orthodoxe Kirche von Alexandrien, griechisches Patriarchat von Jerusalem, griechisch-orthodoxe Kirche von Jerusalem, griechische Kirche oder griechisch-katholische Kirche steht für griechisch-katholische Kirchen, die Gesamtheit der katholischen Ostkirchen des byzantinischen Ritus, Griechische griechisch-katholische Kirche, die katholische Ostkirche des byzantinischen Ritors in Griechenland. Rumänische griechisch-katholische Kirche, die katholische Ostkirche in Rumänien.